Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein kleines Update-Video. Im Hintergrund seht ihr, wie ich einen in Anführungszeichen Ugly Sim zu einem Beauty Sim ja, umstyle. Ich habe mir keine Regeln gesetzt mit Make No Mistake oder so'n Scheiß, sondern ich wollte einfach schnell aus Spaßen Sim stylen, damit hier im Hintergrund was läuft, weil ich sehe aus wie der größte Depp und da wollte ich mich jetzt nicht unbedingt zeigen, wisst ihr, weil, ja, letzte Woche ist ja auch schon wieder ein Video ausgefallen und so. Und zurzeit bin ich ein bisschen gestresst, weil wir sind in der Klausurenphase in der Schule. Also, da könnt ihr bestimmt nachvollziehen, dass das hier alles ein bisschen schwierig ist und so. Und ich bin auch sehr, sehr müde und bla, einfach wegen dem Wetter und so. Und es ist unfassbar, unfassbar kalt. Deswegen, also ich denke, man kann das grundsätzlich verstehen. Aber, ja, also ich weiß, dass es auch ein paar Leute gibt, die halt mit den Videos irgendwie noch ein bisschen hinterher hinken. Deswegen ist es dahingehend natürlich schön, wenn die Leute das dann auch aufholen können und so. Also, generell finde ich euren Support auch zurzeit richtig, richtig, richtig cool, Leute. Also, Props an euch auf jeden Fall. Weil zurzeit ist irgendwie gefühlt sehr viel mehr so da als sonst. Generell, dieses Jahr lief es ja ganz gut. Aber, da reden wir dann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres nochmal drüber. Und dann schauen wir einfach mal. Also, dann möchte ich das hier nochmal vernünftig Revue passieren lassen. Heute kommt deswegen ja auch nichts Richtiges, weil ich es eben gerade einfach nicht schaffe. Aber, davor habe ich ja dann auch wieder frei und so. Und dann klappt das halt immer ein bisschen besser mit den Videos und so. Ich werde auf jeden Fall auch die Zeit nutzen, um ein bisschen Energie zu tanken. Und dann kriegen wir das schon wieder hin. Ich meine, das kommende Jahr, die erste Hälfte, wird natürlich auch erstmal richtig anstrengend. Vor allem dann im Mai, wenn ich meine Abschlussklausuren schreibe. Dennoch versuche ich natürlich dennoch, was ich hier das Ganze machen zu können. Weil, es ist halt einfach meine Leidenschaft. Also, es macht mich immer glücklich, das hier zu machen. Und ich weiß auch, dass ich einige glücklich mache, wenn ich halt Videos hochlade. Das ist total süß von euch. Also, wenn dann auch geschrieben wird, oh, es ist voll schade, dass dann doch nichts kommt oder so. Weil ich es halt irgendwie nicht geschafft habe. Aber, also es kommt dann halt auch richtig, also in der Regel immer dann hinterher mit, ich kann das trotzdem verstehen und ruhe dich aus und so. Und ich bin immer so, äh. Also, es ist super süß. Dankeschön auf jeden Fall dafür, dass ihr Verständnis zeigt. Und, dass ihr aber trotzdem auch, ähm, froh seid, wenn halt Videos kommen und so. Weil, das ist nicht selbstverständlich. Und, ja. Ich, ähm, denke, dass halt Samstag ein ganz normales Video kommen wird. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich dieses Jahr ein Weihnachtsvideo mache oder so. Also, es wird auf jeden Fall ein Video kommen, aber es kann auch einfach sein, dass es ein normales Display-Video wird. Wir schauen einfach mal. Ähm, außer ihr habt jetzt irgendwie eine ganz besondere Idee, die ich umsetzen soll. Und dann, keine Ahnung, versuche ich es einfach mal. Wir schauen mal. Ähm. Nur zur Zeit, der Algorithmus ist sehr, sehr weird, was meine Videos angeht. Weil in den ersten zwei, drei Tagen klickt halt irgendwie kein Mensch gefühlt auf meine Videos. Und dann so ab dem vierten Tag so explodiert das immer so komplett mit den Aufrufzahlen auf einmal. Ich weiß nicht, was genau da los ist. Aber, also ich beschwere mich jetzt auch nicht, weil, ähm, solange sich Leute das ansehen, egal welche Uhrzeit, was für ein Tag, ist ja egal. Ähm, aber es ist manchmal schon ein bisschen weird, bin ich ehrlich. Aber, wie gesagt, ich beschwere mich nicht. Ich freue mich einfach, wenn überhaupt hier Leute da zusehen und zuschauen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Deswegen, ja, finde ich das einfach schön, dass ihr hier dabei seid. Und, ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es halt zur Zeit vielleicht eher nochmal zu einem Ausfall oder so kommen kann. Ähm, einfach dadurch, dass halt eben gerade viel los ist. Aber, wie gesagt, die meisten werden das verstehen können. Und die, die es nicht verstehen können, die können sich auch einfach ältere Videos angucken. Dann müsst ihr nicht komplett auf mich verzichten. Haha. Ja. Ähm, ich würde einfach sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.